Um die Verschärfung des Asylgesetzes vor 20 Jahren geht es zur Stunde in einer Veranstaltung der Bremer Universität. Die Diskussion, zu der auch der frühere bayerische Innenminister Günther Beckstein eingeladen ist, wurde nach einer knappen Stunde abgebrochen. Zu lautstark war der Protest von Studenten, unter die sich auch Autonome gemischt hatten. Ich fordere Sie nochmals auf, Ihre Störungen einzustellen. Bereits im Vorfeld hatten Flüchtlingsaktivisten angekündigt, den Auftritt Becksteins stören und verhindern zu wollen. Das ist ihnen wohl gelungen. Die Diskussionsteilnehmer zogen sich unter Polizeischutz in einen kleineren Raum zurück.